ok leute es geht weiter also ich hab da was gemacht gemacht ich wusste nicht was ich hier machen soll weil man kann hier nichts untersuchen und hab dann rückzug gemacht weil ich dachte jetzt jetzt habe ich am pack gefunden oder so aber nein ich habe vergessen dass diese stelle tricky ist weil man muss hoch springen um das untersuchen zu können das ist behindert die sache einfach behindert okay wo sind die nächsten zeig uns die herzlösen ich muss echt hoch springen um die untersuchen zu können das ist kacke ok komm ich habe vergessen dass man das echt hoch springen muss um das zu machen ich muss echt nachgucken also das phantom mod habe ich da hinten zurückgelassen also das werde ich im nächsten partner also diesen partner ausrüsten ist echt raus ja er geht anscheinend raus ok und ich habe dir nicht getötet du wichser ich beobachte er den hund dahinten wo fliegst du er hin stehend im kreis oder so zum brunnen hä ach so 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 das dafür willst du büßen so wichser ok erlaubt aber nee wir sollen ja herzen sammeln so bist du wieder hier ach so ich brauche wieder gleich den knochen wo bist du hund gehst du zur guillotine anscheinend schon habe ich das gegeben ja anscheinend schon ok ich brauche noch ein knochen da bist du denn 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 ich glaube für alles im wunderland mache ich das phantom schwert ich äter oder so ok getötet hier muss ich das noch geben muss man noch ein herzlosen finden dann ist alles geregelt kommt mir die letzten herzlosen hat mir seinen stadt oder geht hier rein und wo ist der kleine kerl wo ist der denn denn ist der hier ok bombe also eher körbis komm komm zu mir sei zu dem schon bleibt da dann scheiße ähm so so nicht ok wir haben das und gehen zurück untersuchen zum schloss wenn stein habe ich bekommen soll es halt durch die macht deswegen ist tag 156 es ist 23 40 boy ok hier ist noch den letzten teil ok demnächst auch irgendwas anderes ach man oh man oh man ähm phantom mod er wo ist das denn ah da ist das unglaubliche magie unglaubliche stärke will ich stärke haben eigentlich nicht also nicht stärke in die also nicht magiestärke er ja angriffsstärke aber sehen wir mal sehen wir uns mal an was wir uns schmieden können ich bin das immer so blockter rückstoß von freundlich und wird stärker wenn du blockst flinkheitsmut ja ok kann ich mir eigentlich das kaufen flinkheitsmut kann ich mir kaufen ach man oh man dann muss ich das jetzt benutzen da hab ich dazu nicht so die große lust ich kann doch ein krono benutzen und dann gleich nochmal die große stärke alles mit großer stärke schneller und viel längere boden kombos steige dir mit einer waffe ach du steig hey abwehr da rein und wie sieht die aus ok da sei das sieht irgendwie schon merkwürdig aus dass es nee nee das kommt nicht da rein ok was kann ich da noch rein machen wildnismod habe ich noch nicht gezeigt komm ein bisschen wildnis kann nicht schaden was sie gesteckt die fähigkeit offensiv block du kannst du ankommen mit den kombos rückschlägen den hatte ich schon oder den hatte ich schon total vergessen dass ich den schon hatte welche von denen da gut ach komm ich mach den phantom mode ich kann ich kann hier noch ein bisschen stärke dazugeben und bis sie mal ein bisschen abwehr und was ist die versteckte fähigkeit von ihm ok süß sieht süß aus ok dann haben wir das auch jetzt kommt die neue welt sammle herzen wie sie gehörst du dir in der neue welt und sammle herzen nimm dich vor den safir-religien acht blockiere kopfnüsse um die oberhand zu gewinnen ich kenne da eine mission die hat so lange gedauert da muss man einen bestimmten gegner da töten und da bewegt sich ganz weit im kreis wonderland aber gestern auch wunderland also alles im wunderland 2011 version als mit der schauspieler von jacks perry ist ja nochmal oh bei meinem bar tag und ich komme zu spät einer zu äußern wichtigen verbringung wie hieß das nochmal mein gott ich darf ihre majestät nicht warten lassen ich komme zu spät ist zu spät zu spät keine zeit tschüss zu sagen hallo ich komme zu spät zu spät zu spät warum behalten sie so vielleicht sollte ich mal nachsehen vielleicht vielleicht doch nicht okay so war es auch irgendwie da unten hieß der typ nochmal johnny depp ja mann ich bin zu spät dran ich bin dermaßen zu spät guter schauspieler er hat ja den hutmacher gemacht all gespielt es ist geschrumpft es hat aus der flasche getrunken was wäre hier die tür ähm ok ähm keine sorge ich habe nichts rausgeschnitten da war kurz eine fehlermeldung hier sehen wir am black plug in nicht wie man funktioniert aber egal hier unten die türknopf ein sprichender türknopf natürlich und zwar ein ganz schön schläfriger türknopf wenn du mich entschuldig ich würde gern weiter schlafen warte du hast gesagt es hat auf einer es hat aus einer flasche getrunken aus welcher flasche du hast da auf dem tisch probier doch mal da sind zwei stück welche denn wie meinst du vermutlich aber jetzt würde ich wirklich gerne meine kirchen fortsetzen mhm welche trinke ich wohl auf der mit dem blauen etikett ist ein großer schrumpfender baum das wird bestimmt nichts trinken und er wurde klein wo es funktioniert ok der schläft jetzt richtig tief ist ein hey das kann ich jetzt hier durch hier doch vor einer minute durchgegangen oder was ist hinter dieser tür ja das werde ich wohl nicht so weit rausfinden ja das wärst du nicht ok da ist es geschlossen dann heißt es nur wir müssen in diesem teil alles finden ah das sind diese serafen dinger wann habe ich feuer auf die gemacht ey wann habe ich feuer auf die gemacht ey das schlüsselschwert ist heftig das ist gut wir wissen was für ein plug in fehler das war erstand als funktioniert nicht mehr für ds war es bestimmt nicht das war bestimmt irgendwas anderes ja 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 Komm, macht eure Kopfnüsse. Du Wichser. So, hä? Dann komm jetzt. So, getroffen. Es gibt noch welche hier. Hier? Anscheinend nicht. Okay, da hab ich jetzt alle Trugen. Was seid ihr denn, wie Viecher? Streifen sah irgendwas. Ey, das brennt einfach so. Geil, das Schlüsselschwer. Ich hab da grad was gehört. Okay, da... Ach ja, das ist dieser Boss. Und ihr kennt ihn und liebt ihn. Du kleiner Wichser. Komm. Komm. Erledigt. Erledigt. Okay, Rückkehr ist erlaubt, aber da muss ich größer werden. Brauchst du so richtig stark, wenn er dieses Teil da hochheben kann mit seiner Größe. Wachs im Schub. Achso, und da hoch reagiert er geht hier. Warte mal nicht irgendwas hier machen. Anscheinend nicht. Okay. Und zurück. Ja. Wo das weiße kann ich schon wohin ist. Es hat er jetzt ganz schön eilig. Endlich zum Wunderland ging aber richtig schnell. Kommt es nicht in den Katzen oder so? Okay. Tag. Hm. Tag. Hm. 171. Liebe. Neuer Eindruck ist ein Rucksack-Tagebuch. Okay. Liebe. Ein kleiner Trainingsort, darf ich zu sehen? Nein. Es hat er euch schon mal einen 139. Es hat er bei einem Stern. Wie sieht es aus, Jack? Ich erwarte... Ah. Das ist mit Film. Nix. 139 Punkte. Bin ich nicht gerade geboren? Die Jagdmission ist ja klar. Du siehst auch nicht aus wie ein Jäger. Sie ist gegangen, man. Hast du es schon wieder verpasst? Und du? Startest du mit meinem neuen... Achso. Verendet die herzlösen Bedrohung. Das werden wir im nächsten Part machen. Ja, im nächsten Part.